Mit Anfang 20 wollte ich Neurologin werden. Jetzt bin ich 31. Meine Mutter fotografiert mich sehr oft. Hat sie immer, schon als ich klein war. Ich hatte zweimal Glück gehabt, nicht erwischt zu werden und wollte ihn den Teufel nicht herausfordern. Aber ich konnte nicht. Das Einzige, was ich wiederholte, waren die roten Schuhe. Aber an mehr erinnere ich mich nicht. Nicht, was diesen Tag betrifft. Er war jünger als ich. Ein paar Jahre. Ich schämte mich. Ich schämte mich wirklich. Ich konnte ihr nicht die Wahrheit sagen. Verstehen Sie? Ich habe jetzt doch einen Job gefunden. Nebenbei, für ein paar Stunden in der Woche. Meistens nachmittags oder am frühen Abend. Wird auch gut bezahlt. Mein Bruder ist der freundlichste Mensch, den ich kenne. Wann haben Sie denn das letzte Mal Gehalt bezogen? Vor drei, vier Monaten. Mhm, drei, vier Monaten. Und wovon haben Sie seitdem gelebt? Ich. Bis zum nächsten Mal! Scheiße, du Untertitelung des ZDF, 2020